Musik Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt, er setzt seine Felder und Wiesen instand. Er pflüget den Boden, er eckigt und zählt und rührt seine Hände frühmorgens und spät. Die Bäuren, die Nägde, sie dürfen nicht ruhen, sie haben im Haus und im Garten zu tun. Sie graben und rechen und singen ein Lied und freuen sich, wenn alles schön grünet und blüht. Musik So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei, dann erntet der Bauer das duftende Heu. Er mäht das Getreide, dann drischt er es aus. Im Winter, da gibt es manchmal fröhlich sind Schmaus. Musik Vielen Dank.